Ich habe einen Satz, das Leben ist ein Tanz. Wir sind Conny und Dado und haben unsere Leidenschaft Tanz zum Beruf gemacht. Das Schöne an unserer Tanzschule ist, wir haben hier ganz unterschiedliche Menschen. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie ein 16-Jähriger, ein 50-Jähriger, ein 75-Jähriger nebeneinander tanzen und gleiches Funken in den Augen haben. Tanzen bedeutet für mich persönlich Leben, weil schon lange Zeit oder immer hat eigentlich die Bewegung und der Tanz zur Menschheit dazugehört. Und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ausdruck, um Gefühle auch sichtbar zu machen beziehungsweise auch sich selbst mit seiner eigenen Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Wir vertreten die Meinung, dass man an sich überall tanzen kann. Manchmal ist es eher nur das, dass man sich traut zu tanzen. Und es geht dann einfach, diesen Moment zu erwischen und zu sagen, es ist mir wurscht, was die anderen denken. Es gibt einen Tänzer, dessen Frau sich umgebracht hat und der dann irgendwie eigentlich keine Lebensfreude mehr gehabt hat. Und ja, er ist dann irgendwie bei uns hineingerutscht und hat gesagt, er probiert das jetzt einmal. Und bei uns hat dann auch hier seine neue Partnerin kennengelernt. Das ist eben auch sehr schön. Sie tanzen auch gemeinsam. Und es ist irrsinnig berührend, wie man sieht, wie der Tanz einfach einen neuen Lebensweg wieder öffnen kann. Ich habe angefangen zu leben mit 50, hat er gesagt. Und das ist für uns dann die ganze Aufgabe, kriegt noch mehr Tiefe. LICOR 43, pura pasión.